Hi Kong! Hallo Kong! Heute haben wir ein ganz besonderes Unboxing für euch. Denn heute kam endlich der Kollege von da hinten an. Und zwar habe ich den von Fangamer.com gekauft. Deswegen habe ich ihn aus den USA bestellt. Hat es ein bisschen gedauert, so seit drei Wochen. Jetzt haben wir ihn endlich und können ihn auspacken. Und das machen wir natürlich zusammen. Und hier ist die süße kleine Akku-Bot. Oh Gott, ihr seht es. Es ist mega süß. So cute! I love it! Tada! Da ist noch der süße Frasch. Der süße Akku-Bot. Von hinten. Also richtig, richtig süß sieht er aus. Jawohl, wenn ihr mehr solche coolen Unboxings oder Items nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like und Abo da. Dann macht auch einen Daumen nach oben. Ja, Daumen nach oben. Tschüss!